Hallo, hallo, hallo. Hier ist ein neuer Sportvlog. Ich bin heute wieder unterwegs im Taunus und jogge, weiß aber noch nicht lange, wie lange ich jogge. Mal schauen, mal gucken, wie weit mich meine Beine heute tragen, ob es 10, 11, 12 Kilometer sind oder weiß auch immer. Ach, das weiß man nicht. Weiß ich jetzt noch nicht, hab noch keinen Plan. Ich gucke einfach mal. Ich habe auf jeden Fall Bock, aber bin mir ganz sicher, wie weit ich komme. Kann jeder sagen, ne? Ist klar. Mehr sehen wir nach dem Intro. Ich bin mittlerweile schon bei 7,5 Kilometern. Läuft eigentlich ganz gut heute. Die ersten 7,5 waren eigentlich total okay. Wundert mich. Und jetzt gucke ich mal, wie weit ich noch komme. Vorne ist ungefähr 500 Meter. Das ist mein Wendepunkt. Und dann gucke ich mal, ob ich die 10, die 12 mache oder was auch immer heute. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt auf mich selbst. Hört sich bescheuert an. Ist aber so. Mittlerweile bin ich bei 11 Kilometern und ist alles cool. Läuft alles super. Ich freue mich gerade auch schon, weil 11 Kilometer mit guten Beinen heißt, da kommt noch ein bisschen mehr. Ich habe voll Bock gerade. Mal schauen, wie weit ich komme. Geil, geil. Ich bin kurz vor 15 Kilometern. Läuft immer noch gut. Noch ein bisschen mehr mache ich. Mehr als 15. Definitiv. Ist geil. Heute fühle ich mich richtig gut. Richtig geil. 15 Kilometer habe ich, wie gesagt, gleich. Ein paar hundert Meter noch. Und dann gucken wir mal, was noch geht. Ein bisschen geht noch. Ein bisschen geht noch. Ich habe jetzt gut 16,5 Kilometer. Wenn ich gleich daheim bin, habe ich 17. Das ist super. Super geil. Freue ich mich. Auch wenn man es mir gerade nicht ansieht. Ich wählte mich gleich. Und dann habe ich es hinter mir. Ich bin angekommen. 17 Kilometer heute. Am Anfang wusste ich nicht, wo es hinführt, wie viel ich mache. Aber ich wusste, ich mache ein bisschen mehr als sonst. Cheerio, mit Sophie. Bis zum nächsten Sportvlog. Ich freue mich drauf. Tschüss. Bis zum nächsten Sportvlog. Vielen Dank.